Bleibt ungefähr gleich, immer die Preise ändert sich kaum. Obwohl es ja schon Ende des Winters ist fast schon Anfang Frühling. Ja, die Hosen von Natale ist natürlich günstig. Da fünf. Leute, ich hab genug, ich brauch nichts. Ich hab genug, ich hab genug, ich brauch nichts. Hier sind wieder volle Krabbeltische, 2,50 Kinderklamotten, aber hauptsächlich. Jeans für 5 Euro. Leider hab ich keinen Teppich mehr richtig gefunden oder ich bin dran vorbei gelaufen, was auch sein kann. 150 Teile, 5 Euro eine Tasche. Das ist nicht in Deutschland auch, ne? Krabbeltische. Vielen Dank. Ich bin echt gespannt, wenn es jetzt richtig warm wird, ob die nochmal runtergehen am Preis. Weil im Moment habe ich nicht wirklich gesehen, dass die weiter runtergehen. Das ist ungefähr gleich. Na gut, jetzt fangen wir am Bazaar an und ich habe keine Teppiche gefunden. Ich gehe da nochmal lang. Hier kann ich so voll der Bazaar, glaube ich. Hier sind eigentlich immer mehr Schuhe und mehr so ein Kran. Hier sind die Schuhe und mehr Schuhe und mehr Schuhe. Also wenn du keine Teppiche suchst, dann liegen die überall rum und wenn ich die mal möchte, findest du sie. Die Taschen wird auch schön. So, na gut, wir gehen jetzt einmal zum Bazaar. Das Bazaar video habe ich abgedreht, wenn euch das interessiert, ich versuche jetzt hier erstmal raus zu gehen und hole meinen Blumenkühl und die Wurzeln nachher, wenn ich fertig bin mit meinem Bummelausflug überall hin. Teppiche haben wir hier wirklich nicht gefunden. 25 kosten hier die Kohlrabi pro Stück, ne, glaube ich. Oder pro Kilo, ich weiß, die habe ich jetzt nicht geguckt. Na ja, wir gehen jetzt da einmal quer wieder raus. Eigentlich wollte ich ja noch Geld wechseln, aber ich würde mich da hinten erst mal extrem voll beim Eingang. ... Nachmittag. Es ist ein Gewusel hier die ganze Zeit, oh mein Gott. Es ist ja auf Basartag und es ist schönes Wetter. Das war gar nicht mehr so richtig gewohnt. Ich bin lange nicht mehr hier gewesen auf dem Basar. Hier will ich eigentlich nicht so gerne mehr rein, höchstens nochmal in der Gartenabteilung vielleicht. Aber da rein zu gehen habe ich jetzt nicht so wirklich schlecht. Ich gehe hier nochmal rein. Langschmöbel. Kinderwagen, was kostet denn sowas? 800. Aber günstig. So ein Buggy kostet 2400 irgendwas. Ich glaube hier ist nicht wirklich was für uns. Ich bin ja wieder füllt. Ich bin ja wieder von Ahh 노래 Gott nur in Kanteier, hoow und ITEF-' Lasst und schmaten,TER dampen und schmaten. Ich bin ja überleggegrifet und schmaten. Ich bin ja sehr wischig auf den Machen und ich habe das Gefühl! Dann islandsst� und jetzt nur mitteln und eher mitteln in Puh Indigenous die Chmaten . Mal neben da. Vielen Dank. Die Palmen haben auch schon mal bessere Tage gesehen, da oben. Ich hoffe, die mögen die Kälte auch nicht. Hier gucke ich auch noch mal und dann gehe ich vielleicht noch mal zum Strand auf der Quersstraße. Hier gucken wir jetzt noch mal. Hier draußen vielleicht auch noch mal. 1450, das ist richtig teuer. Ich bin jetzt hier in diesem Karneval-Shampoo. Ich bin jetzt hier und dann hier. Hier sind die Kartenenringen noch Ich wollte auch noch so eine Gardinenstange für, vielleicht so eine Scheibengardinenstange haben oder so Da wollte ich auch noch mal gucken. Diese deutschen Dinge haben sie nicht, ne? Seht ihr? Alle diese komischen. Die haben aber auch nicht die, die ich haben wollte. Doch ich glaube, das sind die auch 5 Teilen. Ich ruchte da ja noch welche von, aber ich geh erstmal nach oben. Eine Gardinenstange oder sowas ähnliches. Wenn, dann müsste das ja oben sein, oder? Babysachen Babysachen Babekindersicherung Haben sie bestimmt, ich sehe es noch nicht Das ist auch noch mal bei mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die sind die. Die sind die. Vielen Dank. Sekundenklima kann man auch gebrauchen, ne? 30. Was ist das? Kann ich nicht, ich habe keine Brille dabei, ich kann es nicht lesen. Wahrscheinlich für die Tischdecken zum Festklemmen. Auto. Das sieht nicht so aus, als hätten die irgendwas. Vielleicht ja oben in der Gardinenabteilung, ne? Wäre ja anzunehmen. Gehen wir mal nach oben. Hier ist eine Schüssel mit roten Preisen. Rot ist immer gut. Naja gut, aber das wird mir auch alles zu schwer. Ich will ja jetzt eigentlich nur Gardinen und sowas. Die Lampen. Was kostest du? 200 Täle? Die ist ja gar nicht schlecht, oder? Für 200 Täle. Ich will aber eine Stehlampe haben. Ich will ja mal nach oben. Ich will ja mal nach oben. Diese Plastikaufhänger für Duschen haben sie aber keine Aufhängen-Varnituren leider. Also ich sehe es jedenfalls nicht. Das muss ja gar nicht mal schwer sein. Das hält ja wahrscheinlich auch so, denke ich mal, wenn man es richtig festmacht. Oder? Was ist das? Für die Kraftbecher zum Hennen, ne? Naja, ob das klebt und dann hält das nicht. Egal. Tierdinger. Ich guck mal hier bei den Gardinen, ob die da irgendwie... Ah, da haben die die für diese Klemmdinger, für die Dusche. Das haben sie. Das würde bei mir in der Küche auch funktionieren, weil ich habe... Ich könnte die festklemmen, zwischen den beiden Stück, ähm, wenden, glaube ich, zwischen den beiden Küchenschränken. Ich brauche aber nicht so eine Breite, eine kleine reicht. Die kosten sich alle Hämmer-Täle. Das sind diese Duschdinger. Und ich glaube, das würde funktionieren mit der Gardine. Das glaube ich. Dann bräuchte ich noch irgendwas für die Scheibe. So eine Scheibenaufkleber-Geschichte für die Gardinen. Mit dieser Tür, ne? Wisst ihr? Mit dieser Balkontür. Habe ich ja bei mir im Dorf auch gemacht, aber... Das sehe ich jetzt hier nicht. Ich sehe auch keine Gardinen hier, ne? Nur Teppiche. Ja, also wir sind ja wieder in der Teppichabteilung. Leute, ist das der Große? Ja, das war der Große hier. Und der kostete, glaube ich, 150, dieser Lande. Was haben die denn ein Kissenbezügen? Jetzt sehe ich gar nicht Kissenbezüge. Komisch. Hä? Nur Kissenbezüge haben. Da sind welche. Die sind aber alle schade. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Das sind alles Läufer. Für die Küche hatte ich das überlegt, ne? Tischdecken. Sind das Kissenbezüge? Ne, das sind Stuhlhussen. Aber wie viel kostet ihr? Lass uns mal gucken. Da ist ein Preis. Das sind auch andere Farben, alles, ne? Das ist die einzige Weinrote hier. Glaube ich. Da ist noch eine. Das auch. Na, das sind Stuhlhussen. fragt sich, ob ich so was machen wollen würde, ne? Kann man auch als Kissenbezug nehmen, oder? Kann man auch. Kosten alle 60. Was haben die da noch? Oh? Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. ich brauche irgendetwas für mein Fenster damit ich die beiden nur dran machen kann ich brauche 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tja, dann werde ich mir mal wieder irgendwas ausdenken müssen. Das sieht nicht gut aus. Gibt es jetzt hier nichts, was ich gebrauchen könnte, muss ich sagen. Also nicht möglich. Das Einzige wäre tatsächlich diese Stuhlhusse. Die würde nämlich ganz genau zu meinen Möbeln passen oder zu den Gardinen passen jetzt. Und sowas bräuchte ich eigentlich als Kissenbezug. Und das haben sie nicht. Und dafür ist das auch zu teuer, ne? Zwei Euro kostet eine. Das finde ich teuer. So haben die denn keine Kissen beziehen. Das ist echt eigenartig. Und das sonst auch alles. Das ist zum Schlafen, Schlafbezüge. Und auch nicht in der Farbe, die ich brauche. Das ist zum Schlafbezüge. Das ist zum Schlafbezüge. Ich bin da als Gabinenersatz und vielleicht auch die Kissenbezüge. Und von da aus gehe ich direkt nochmal in den Bazar rein, hole Blumenkohl und vielleicht gehen wir da nochmal zum Strand. Es ist 3 Uhr. Ich bin da, ich bin da. Ich wollte noch Magadänen, hier haben wir nach unten in die Möbelabteilung, vielleicht haben wir da was. Hier haben wir auch noch einen, vielleicht ist hier irgendetwas für Gardänen oder so. Das sieht aber nicht so aus, Leute. Das ist alles Möbel, ne? Recht an die Lampen. Alles Möbel. Lampen, auch nicht möglich. Schade eigentlich, was kostet denn so ein kleiner Schrank? 12.980.